Mountainbiken, oh Mountainbiken, ist ja nix ja mehr drin. Na, haben Sie mir in diesem Grauhaus gehofft, es muss ein Gehübschen, aber da wurde mein Mountainbiken, Mountainbiken, es Mountainbiken, ist alles kaputt. Mountainbiken, oh Mountainbiken, ist ja alles kaputt. Ja, wie sind meine Knochen und Frau Knochen, ich habe gekauft, es ist ein Mountainbiken, es ist ein Mountainbiken, es ist Mountainbiken, es ist ja so schön. Mountainbiken, oh Mountainbiken, ist so wunderwunderschön. Und den Feuerwehr sagt aber, wo mein Mountainbiken, Mountainbiken, es Mountainbiken, ist ja so schön. Mountainbiken, oh Mountainbiken, ist so wunderwunderschön. Und wenn du noch kein Herzinfarkt, dann kommt noch voll, Mountainbiken, Mountainbiken, es Mountainbiken, ist ja so schön. Mountainbiken, Mountainbiken, ist so wunderwunderschön. Und wenn du noch mal Rall gestohlen hast, dann kaufen wir Bocki-Biken, Bocki-Biken, es Bocki-Biken, es ist ja so schön. Bocki-Biken, oh Bocki-Biken, ist so wunderwunderschön. Aber jetzt, außer der Sucht, ein Volksmusikstar. Und ich weiß, du hast ja ein anderes Lied an, was du uns so begeistert hast. Und ich glaube, das wollen wir alle noch einmal hören, als Zugabe, das vom Hund. Ja, auf geht's, die Hotsvolka! Ja, auf geht's, die Hotsvolka! Ja, auf geht's! Okej, jetzt muss ich trotzdem ein bisschen die Ehre von Austriasucht im Volksmusikstar retten. Du bist lustig, keine Frage. Du machst ein Gaudi auf der Bühne. Ich meine, du kannst ein bisschen spielen, du spielst aber auch nicht falsch. Ich würde dich eher als Gaudi-Wipfel einschätzen. Nationalpark Urviech, das passt zu dir. Wie lange warst du das schon? Ja, voriges Jahr habe ich ein Jubiläum gehabt, eine 25 Jahre Feier gehabt. War schon eine schöne Feier. Und ja, die Kaiser habe ich gehabt bei mir. Und ja, ein paar Sachen habe ich schon erlebt. Zum Beispiel in Niederpollen habe ich auch schon erlebt, live. Bin auch schon gewesen, bei einer großen Chance. Es habe ich da alles erlebt, ja. Ich bewerte deine Darbietung nicht musikalisch, weil das kann ich nicht, aber von der Show her wirklich super, großartig. Ich mache mir nur ernsthaft Sorgen um deinen Blutdruck. Also noch eine Nummer und dann weiß ich nicht, ob wir nicht die Rettung holen müssen. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Jetzt hast du gedacht, jetzt kommt der Solo-Spiel. So eine Melodie vergisst du nie. So eine Melodie vergisst du nie.